Hallo Leute, willkommen bei Produktbewertung. Heute sehen wir uns die besten Wasserspender-Tests an. Durch umfassende Recherchen und Tests haben wir eine Liste an Optionen zusammengestellt, die die Bedürfnisse verschiedener Anwender erfüllen werden. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, zieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Das Fünfte auf der Liste ist der Kärcher Nass Trockensäger WD4. Der Kärcher Nass Trockensäger WD4 Premium eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von Renovierungsarbeiten bis zur Innenreinigung von Autos. Er verfügt über einen robusten und korrosionsfreien 20L Edelstahlbehälter und kann ohne Filterwechsel zum Nass- und Trockensägen verwendet werden. Außerdem können verschiedene Düsen direkt auf den Saugschlag aufgesteckt werden, was die Flexibilität erhöht. Das Zubehörfach auf der Rückseite der Maschine hält das gesamte Zubehörgriff bereit. Der Kärcher WD4 Premium ist ein leistungsstarker und vielseitiger Nass Trockensäger, der sich für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben eignet, von der allgemeinen Haushaltsreinigung bis hin zu speziellen Aufgaben wie Autopflege oder Renovierungsarbeiten. Dank seines robusten und korrosionsfreien 20L Edelstahlbehälters kann er sowohl für das Nass- als auch für das Trockensägen verwendet werden, ohne dass die Filter gewechselt werden müssen, während die verschiedenen Düsen für zusätzliche Flexibilität sorgen. Weiter auf vierten Platz ist der TZS First Austria Staubsauger. Der Staubsauger mit 2 in 1 Funktion ist das perfekte Reinigungsgerät für alle Böden in Ihrem Zuhause. Dank seines Wasserfilters können Sie ihn als Nass- und Trockensäger verwenden. Damit ist der TZS Staubsauger ideal für die Entfernung von Schmutz auf Holzböden, Teppichen oder Polstern. Das Gerät hat ein modernes Design und benötigt wenig Stauraum. Mit dem leistungsstarken 2 in 1 Staubsauger holen Sie sich einen effektiven Haushaltshelfer ins Haus, der Staubsauger entfernt nicht nur Staubpartikel, sondern auch Pollen und andere Allergien aus Teppichen und Polstern. Der Staubsauger zeichnet sich durch seine Vielsättigkeit aus, er kann als Nass- und Trockensäger verwendet werden. Das bedeutet, dass Sie ihn nicht nur auf trockenen, sondern auch auf nassen Oberflächen verwenden können. Der TZS Staubsauger hat ein modernes Design und benötigt dank seiner schlanken Form nur wenig Stauraum. Das dritte Produkt auf unserer Liste ist der Anika Bora 5000 Türkis. Der Wasserstipsiger Anika Bora 5000 Türkis ist ein leistungsstarkes Modell mit 1800 Watt und einer Reihe von Funktionen, die ihn perfekt für Allergiker und Menschen mit Haustieren machen. Der ergonomische Griff, das XL-Teleskoprohr und die weichen, bodenschonenden Rollen erleichtern die Handhabung, während die Kombination aus Wasserfilter und HEPA 13 Filter für saubere Abluft sorgt. Der Bora 5000 kann sowohl Flüssigkeiten als auch Tierhaare aufnehmen und wird mit einer Reihe von Zubehörteilen geliefert, darunter eine Hartbodendüse, eine Handturbürste und ein Parfüm für die Wohnung. Der Wassersäger Anika Bora 5000 Türkis ist ein leistungsstarkes Modell mit 1800 Watt und einer Reihe von Funktionen, die ihn perfekt für Allergiker und Menschen mit Haustieren machen. Der ergonomische Griff, das XL-Teleskoprohr und die weichen, bodenschonenden Räder erleichtern die Handhabung, während die Kombination aus Wasserfilter und HEPA 13 Filter für saubere Abluft sorgt. Das zweite Produkt auf unserer List ist der Philips Beutelloser Staubsauger. Der Beutellose Staubsauger Power Pro von Philips ist das Nonplusultra in Sachen Komfort und Reinigungslöstung. Die 3 in 1 triaktive Düse sorgt für eine gründliche Reinigung auf allen Böden, während Sie mit der Universalbodendüse Teppiche und Hartböden mühelos reinigen können. Der Staubbehälter mit großem Fassungsvermögen kann entleert werden, ohne dass er vom Staubsauger abgenommen werden muss, so dass Sie Ihr Zuhause schnell und einfach pflegen können. Dieser leistungsstarke Staubsauger mit einem Staubvolumen von 1,7L verfügt über eine Zyklonetechnologie, die den Staub in einem Durchgang aus der Luft entfernt und so eine effiziente Reinigung ermöglicht. Außerdem ist er mit einem HEPA 13 Abgasfilter ausgestatteter 99,97% der Staubpartikel aus der Luft entfernt, was ihn ideal für Allergiker macht. Der Power Pro ist leicht und einfach zu manövrieren, so dass die Benutzung ein Kinderspiel ist. Und die Nutz unserer Liste ist schließlich der Thomas Pet & Family Aqua Plus. Der Thomas Pet & Family Aqua und Staub und Waschsäger ist perfekt zum Entfernen von Tierhaaren, Flecken und Gerüchen. Der Staubsauger verwendet keinen Staubbeutel, so dass keine Gefahr besteht, dass Staub oder Tierhaare austreten. Das Wasserfiltersystem bindet zuverlässig Tierhaare, Staub und Gerüche, die dann mit dem Schmutzwasser entsorgt werden. Das spezielle Sprühdrucksystem ist perfekt für die Entfernung von Flecken. Außerdem verfügt der Staubsauger über spezielle Tierhaardüsen, die das Entfernen von Tierhaaren auf Möbeln und Teppichen erleichtern. Es gibt außerdem sind verschiedene Zubehörteile enthalten, wie zum Beispiel eine Polsterdüse, eine Staubbürste und ein Fugendüse. Der Staubsauger ist sehr einfach zu bedienen und die Ergebnisse sind immer beeindruckend. Wir können den Thomas Pet & Family Aqua und Staub und Waschsäger auf jeden Fall empfehlen. Vielen Dank ansehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch den Daumen nach oben und wenn neu auf dem Kanal bist, abonniere ihn und klicke die Glocke an, damit du keine Update-Updates verpasst. Bis zum nächsten Mal.